In diesem Video bekommst du 10 Verhaltensregeln für Autisten. Mein Name ist Tom Harrendorf und ich habe selber die Diagnose Asperger-Syndrom. Das heißt, jede dieser 10 Regeln, welche ich dir da draußen, wenn du Autist bist, anempfehlen möchte, kommt wirklich aus erster Hand. Diese 10 Regeln, wenn du sie beherzigst und versuchst, dich so gut wie möglich daran zu halten, werden dir und auch deinem Umfeld das Leben wirklich leichter machen. Bleib deswegen in diesem Video auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran, bei 10 Regeln für Autisten. Ja, verlieren wir nicht viel Zeit und fangen gleich an. Regel Nummer 1. Autisten sollten verstehen, dass ihr Spezialinteresse nicht das wichtigste Beschäftigungsfeld auf der gesamten Welt ist. Autisten müssen verstehen, dass ihr Spezialinteresse absolut gleichwertig ist mit den Interessen, die andere Leute haben. Ja, und wenn es sich bei diesem Spezialinteresse wirklich um ein sehr spezielles Randgebiet handelt, müssen Autisten auch anerkennen, dass andere Interessensgebiete von anderen Menschen eventuell sogar wichtiger sind. Ja, Autisten fällt es sehr, sehr schwer anzuerkennen, dass ihr Spezialinteresse nicht eine hohe Bedeutung hat und dass vor allen Dingen nicht alle Leute sich für ihr Interesse, für ihr Interesse, ja, Begeisterung aufbringen können, vielleicht auch kein Verständnis aufbringen können. Das hat zum einen natürlich etwas mit dem Wesen bzw. der Definition eines autistischen Spezialinteresses als solches zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass autistische Menschen aufgrund bestimmter Defizite oder Einschränkungen in ihrer Mentalisierungsfähigkeit, in ihren Theory-of-Mind-Fähigkeiten Probleme haben, häufig in die Perspektivübernahme zu gehen. Das heißt, die Welt aus den Augen eines anderen Menschen zu sehen und somit natürlich auch wahrnehmen zu können, dass andere Menschen, ja, für die ihre Interessen einen genauso hohen Stellenwert haben wie für den Autisten das Spezialinteresse, auch wenn natürlich die Nicht-Autisten diesem Interesse eventuell nicht ganz so intensiv wahrnehmen, ja, intensiv nachgehen. Ganz wichtig ist es aber zu verstehen, bitte einfach anzuerkennen, dass das autistische Spezialinteresse nicht das wichtigste Interessensfeld auf der Welt ist. Ja, und da kommen wir auch schon zu Regel Nummer 2. Das ist eine Regel, die hat wahrscheinlich jeder von euch da draußen, wenn ihr Autisten seid, schon gehört. Wir müssen trotzdem darüber sprechen. Bitte nicht monologisieren. Ich selber habe im Laufe meines Lebens teilweise Monologe gehalten, die mehrere Stunden lang gingen. Anfangs habe ich gar nicht gemerkt, dass mein Umfeld, zum Beispiel meine Eltern, sich gar nicht für das interessiert haben, was ich ihnen da erzählt habe. Später, als ich das gemerkt habe und weil es mir auch immer wieder mitgeteilt wurde, hey, du redest jetzt hier schon 30, 40, eine Stunde, Minuten, 60 Minuten, eine Stunde, das interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Trotzdem habe ich mit diesen Monologen immer weitergemacht. Es war mir schlicht und ergreifend egal. Ich habe mit Vorsatz meinen Monolog einfach durchgezogen. Ja, und im Laufe meines Älterwerdens tatsächlich und auch im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Thema Autismus habe ich dann doch angefangen, das zu hinterfragen. Habe auch verstanden, dass ich vielleicht gar nicht das Recht habe, Menschen mit meinen Monologen zu überwältigen, sage ich es einmal so. Und das hat auch ganz, ganz viel mit Punkt 1 zu tun, nämlich zu verstehen, dass nicht nur meine Spezialinteressen das wichtigste Gebiet sind, über das ich alle belehren muss und wo ich alle missionieren muss, bitte sich für das zu interessieren, für das ich mich interessiere, sondern ja auch grundsätzlich mich und meine eigene Wichtigkeit etwas zu relativieren. Es auf eine gleiche Stufe zu stellen, dass ich ein Interesse habe, mich mitzuteilen und dass ein anderer eventuell kein Interesse daran hat, sich über eine Stunde lang von mir vollquasseln zu lassen. Und das hat letztlich auch dazu geführt, dass ich mein Monologisieren massiv runtergefahren habe und auch runterfahren konnte. Ich möchte dir deswegen auch wirklich anempfehlen, von Autist zu Autist das Monologisieren, so gut es geht, runterzufahren. Ja, kommen wir aber zu Regel Nummer 3 für Autisten. Körpersprache bzw. Blickkontakt und Körperkontakt sind wichtig. Ja, ich kann euch nur sagen, für nicht-autistische Menschen sind Blickkontakt sehr, sehr wichtig. Sind auch das Handgeben zur Begrüßung sehr, sehr wichtig. Vielleicht aktuell im Jahr 2022 nicht mehr ganz so krass wie in der Vergangenheit wegen der ganzen Corona-Thematik, aber es wird auch wieder wichtiger werden. Ja, und viele nicht-autistische Menschen haben auch ein Bedürfnis, sich zur Begrüßung und zur Verabschiedung in den Arm zu nehmen und so weiter und so fort. Ja, das ist für autistische Menschen häufig sehr, sehr unangenehm. In vielen Fällen ist es ihnen aber auch nur deshalb unangenehm, weil sie nicht genau wissen, wie kann ich mich genau einbringen. Welche Person soll ich in den Arm nehmen, welche nicht. Auch Mangelsübung ist ihnen dieser Körperkontakt häufig unangenehm. Ich möchte nicht abstreiten, dass es auch Autisten gibt, welcher Körperkontakt grundsätzlich unangenehm ist. Ich meide oder habe zum Beispiel auch immer zum Teil den Körperkontakt selbst zu meinen eigenen Eltern gemieden. In vielen Fällen ist es aber auch das, was ich gerade gesagt habe, einfach eine Ungehübtheit, eine Unbeholfenheit. Das Gleiche auch beim Blickkontakt. Ich kann wirklich nur anempfehlen, als Regel für Autisten, wenn es irgendwie möglich ist und es wirklich kein zu großes Unwohlgefühl hervorruft, tatsächlich zur Begrüßung und zur Verabschiedung die Hand zu geben, Menschen in den Arm zu nehmen, zum Beispiel, wenn man sich in einer Gruppe von mehreren Personen befindet und sieht, alle nehmen sich jetzt zur Verabschiedung oder zur Begrüßung gegenseitig in den Arm, dann selber unbeteiligt, ohne da mitzumachen, am Rand zu stehen. Das ist einfach nicht gut. Und zwar in dem Sinne, dass es dir da draußen, also für dich, dir soziale Nachteile einbringt. Den nicht-autistischen Menschen sind diese Dinge sehr wichtig. Und wenn du nicht daran teilnimmst, dann wirst du dich auch nie wirklich in die soziale Welt integrieren können. Ja, beim Blickkontakt kann man auch ein bisschen tricksen. Man kann zum Beispiel auf die Stirn gucken, man kann zum Beispiel zwischen die Augen gucken, auf die Nasenspitze gucken, wenn man mit jemandem redet. Man muss nicht direkt in die Augen schauen, aber ich würde auf jeden Fall auch hier versuchen, zumindestens mich im Gespräch dem anderen zuzuwenden. Sonst, wie gesagt, wirst du immer wieder aus dem Sozialverband herausfallen beziehungsweise nicht so sehr dich in den Sozialverband integrieren können, wie es mit diesem Körperkontakt beziehungsweise dem Blickkontakt insbesondere auch für dich möglich wäre. Ja, Regel Nummer 4 für autistische Menschen, für dich da draußen. Maskiere dich, aber für dich selbst, nicht für andere. Ja, ganz, ganz viele Autisten haben wirklich die Nase voll vom Maskieren. Insbesondere, wenn sie im Internet nach dem Thema Autismus und Masking suchen, bekommen sie schnell ganz, ganz viele Beiträge zu sehen. Auf Instagram, auf YouTube, whatever, auf Internetseiten, wo gesagt wird, ja, Autisten maskieren sich häufig ihr ganzes Leben lang und das fällt ihnen schwer und dann brennen die Soziale aus. Und Autisten, liebe Autisten, lasst das Maskieren sein, maskiert euch nicht mehr und so weiter und so fort. Ja, und wenn die Autisten das lesen, stellen sie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben fest, oh ja, ich habe mich ja tatsächlich mein ganzes Leben lang maskiert und kommen dann voreilig, meiner persönlichen Meinung nach, zu dem Schluss, ich werde mich jetzt auch nicht mehr maskieren. Ich werde mich jetzt genauso geben, wie ich mich immer fühle, wie ich immer bin. Ich werde mich nicht mehr anpassen. Ich lasse vielleicht sogar den Autisten voll raushängeln. Ja, das ist meiner Meinung nach eine Kurzschlussreaktion und es ist leider häufig das Kippen, das Verfallen in das andere Extrem, in dem viele Autisten sich ihr Leben lang befunden haben. Nämlich, sich für andere zu maskieren, um es anderen recht zu machen. Und weil sie damit gescheitert sind, verfallen sie dann schnell darauf, es überhaupt niemandem mehr recht machen zu wollen. Ich möchte dir anempfehlen, aus meiner Lebenserfahrung, ja, die ich habe, und ich habe mich, was das Thema Autismus anbelangt, sehr viel weiterentwickelt in den 35 Jahren, die ich jetzt auf dieser Welt bin. Maskiere dich für dich. Du machst es dir in vielen Lebenssituationen leichter, dich ein bisschen an die Gesellschaft anzupassen. Nicht immer komplett, vielleicht sogar mit Vorsatz, aus einer Trotzreaktion heraus auffällig zu sein. Denn damit eckst du bei anderen an. Dadurch wirst du, ja, den sprichwörtlichen Gegenwind von anderen sehr viel stärker verspüren. Und damit machst du dir tatsächlich dein eigenes Leben sehr viel schwerer. Ein letzter Satz auch noch zu diesem Punkt. Ich finde, man kann es sich vielleicht sogar zum Teil auch, man kann sich zum Teil vielleicht auch für andere maskieren. Denn ich bin der Meinung, das ist mein Anspruch an mich selbst und das ist auch der Anspruch, den ich an alle anderen Menschen auf dieser Welt habe. Jeder sollte versuchen, ein möglichst angenehmer Zeitgenosse zu sein. Ja, einfach, einfach relaxed zu sein, cool zu sein, ein netter, toller Mitmensch zu sein und es anderen nicht unnötig schwer zu machen. Und für mich, wenn ein bisschen Anpassung, das ich vornehme, dazu führt, dass ich ein sehr viel angenehmerer Zeitgenosse bin, das erwarte ich ja eigentlich auch von anderen, dann würde ich das tun. Autisten verfallen leider häufig bei dieser Masking-Thematik dann darauf, dass der Autist sich gar nicht mehr anpassen, schrägstrich maskieren wird. Erwarten allerdings, das ist ja die Konsequenz, die sich eigentlich daraus ergibt, dass jetzt das Umfeld sich an den Autisten anpassen und deren Bedürfnisse und deren Eigenarten maskieren, verfälschen, umleiten, überspielen sollen. Ja, und das kann es nicht sein. Wir sitzen alle in einem Boot. Für mich gibt es keinen Wertungsunterschied zwischen Autisten und Nicht-Autisten und jeder sollte auf jeden Rücksicht nehmen. Und vor allen Dingen solltest du auch auf dich selber natürlich Rücksicht nehmen. Das ist richtig, das ist wichtig. Und da kann ein kleines bisschen Maskieren auch wirklich hilfreich sein. Punkt Nummer 5. Der mag jetzt überraschend sein. Viele von euch, viele von meinen autistischen Zuschauern werden aber sagen, oh, da hat er mich jetzt erwischt. Ja, achtet bitte auf eure Tischmanieren, okay? Viele autistische Menschen haben sehr schlechte Tischmanieren. Das habe ich schon ganz, ganz häufig beobachtet. Natürlich nicht bei mir selber, natürlich nicht. Ironie aus. Ja, natürlich auch bei mir selbst. Viele Autisten haben eine Tendenz zum Schlingen, zum Stopfen, sind sehr animalisch beim Essen, missachten Tischmanieren. Und ja, das ist, wenn ich andere Autisten so beim Fressen sehe, sage ich es mal ganz klar, dann ist das selbst für mich als Autist teilweise unangenehm anzusehen. Und das ist auch einfach für andere, die mit dir am Tisch sitzen, wenn du sehr schlechte Tischmanieren hast, wenn du sehr stark schlingst, wenn du dich da wenig zügelst, nur auch unangenehm anzusehen. Und ja, es ist vor allen Dingen natürlich auch für einen selber unangenehm, wenn man mit mehreren Leuten am Tisch sitzt und man selber ist dann immer derjenige, der schon nach fünf Minuten fertig ist, während die anderen noch 20 Minuten essen. Deswegen ist es nur meine Empfehlung, beziehungsweise, weil das, ach, ich finde, es passt einfach irgendwie in dieses Video rein, weil ich es schon häufig gesehen habe, Autisten haben häufig sehr animalische Tischmanieren und man sollte darauf achten einfach, vor allen Dingen, um auch nicht unangenehm aufzufallen, sich da ein bisschen zu disziplinieren. Das heißt, langsam essen, Gabel links, Messer rechts und so weiter und so fort. Ja, Punkt Nummer sechs, beziehungsweise Regel Nummer sechs für autistische Menschen. Gefühle zeigen und Gefühle vor allen Dingen auch wahrnehmen. Viele Autisten sagen häufig, ich möchte gerne oder kann oder ich nehme soziale Interaktionen immer nur als den Austausch von rationalen Sachinformationen wahr. Wichtig ist es aber zu verstehen, dass die Welt der Nicht-Autisten in erster Linie aus Emotionskommunikation besteht. Ich sage es dir hier in diesem Video, falls du es noch nicht weißt. Viele Autisten verfallen dann auch darauf, das kleinzureden und zu sagen, ach, diese Emotionen, die braucht man doch nicht. Warum sollte ich denn über Emotionen kommunizieren? Ich möchte Sachinformationen austauschen. Diese blöden Nicht-Autisten, die sollen mal aufhören mit ihrer emotionalen Kommunikation. Was soll denn das? Okay, aber da möchte ich dir ganz klar sagen, jetzt zur Selbstreflexion. Worauf kommt es denn im Leben an? Worauf kommt es in deinem Leben an? Es kommt in deinem Leben darauf an, ob du dich gut fühlst. Ich fühle mich gerade gut. Habe ich gute Laune? Habe ich schlechte Laune? Bin ich euphorisch? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Die Emotionen sind, wenn wir darüber nachdenken, im Endeffekt das, worum es geht. Wenn wir positive Emotionen haben, dann ist das Leben geglückt. Selbst dann, wenn wir uns zum Beispiel in prekären oder armen Lebensverhältnissen befinden würden. Wenn wir schlechte Emotionen und Gefühle haben, wenn wir traurig sind, dann ist das ganze Leben vermurkst. Selbst dann, wenn wir uns in guten Lebensbedingungen, äußeren Lebensbedingungen befinden würden. So, wir stellen also fest, die Emotionen und Gefühle der Menschen sind eigentlich unglaublich wichtig. Und da sollten wir auch anerkennen, dass es für die nicht-autistischen Menschen unglaublich wichtig ist, sich darüber auszutauschen. Und verstehen jetzt vielleicht auch, warum es ihnen primär darum geht. Deswegen solltest du versuchen, an dieser Emotionsgeschichte irgendwie teilzuhaben. Das heißt, einmal darauf auch achten, deine eigenen Emotionen anderen überhaupt mitzuteilen. Das vergessen Autisten schlicht und ergreifend ganz, ganz häufig. Und natürlich auch versuchen, auf die Emotionen anderer Menschen zu achten, die zu verstehen, die interpretieren zu können. Wenn dir das nicht gelingt, kannst du auch einfach nachfragen. Hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was hat dieses und jenes, vielleicht auch in der Interaktion mit einem selber, mit dir gemacht? Ja, das ist ganz wichtig. Das kann ich dir wirklich nur als Regel mit auf den Weg geben. Und da kommen wir dann auch schon zu Regel Nummer 7 für selbstreflektierte, informierte Autisten. Also für meine Stammzuschauerschaft auf jeden Fall. Und wenn du noch nicht dabei bist, abonniere natürlich gerne diesen Kanal. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber es muss in dieses Video rein. Keine verletzenden Äußerungen machen und schon gar nicht aufbiegen und brechen. Denn wir kennen alle diese Beispiele, dass autistische Menschen angeblich immer die Wahrheit straight und direkt heraussagen und diese Wahrheit auch für nicht-autistische Menschen verletzend sein können. Wie zum Beispiel der absolute Klassiker. Hey, dein Kleid steht dir nicht. Oder ja, du bist dick. Wenn der Autist von irgendjemandem gefragt wird, das ist das klassische Beispiel. Findest du, ich bin zu dick? Dann antwortet der Autist ganz, ganz häufig mega ehrlich. Ja, ich finde, du bist zu dick. Und ich finde sogar, du bist stark übergewichtig. Das sieht schon nicht mehr schön aus. Wow, das verletzt den anderen. Das würde mich auch verletzen, wenn ich sowas hören würde. Und das muss einfach nicht sein. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Die Autisten glauben häufig, es gäbe ein Recht oder eine Pflicht darauf, immer alles das zu sagen. Vor allen Dingen auch ungefiltert zu sagen, was man denkt. Auf Höflichkeiten müsse man hier keine Rücksicht nehmen. Ich möchte aber auch einen Gegengedanken hier einbringen. Hat man nicht auch ein Recht darauf, nicht verletzt zu werden? Haben Menschen eventuell sogar ein Recht auf Unwissenheit? Gibt es das? Ich bin der Meinung, zumindest in vielen Fällen gibt es das. Auf jeden Fall ein Recht, nicht verletzt zu werden. Wenn du eine Wahrheit äußern kannst, auf eine sehr viel charmantere und galantere Art und Weise, die den anderen nicht verletzt, dann solltest du das tun. Das ist meine Empfehlung. Du möchtest auch nicht verletzt werden. Ja, das wäre ganz, ganz wichtig. Also keine verletzenden Äußerungen machen. Okay? Und dazu kommen wir dann auch zur Regel Nummer 8. Für viele Autisten, gerade wenn sie sich viel in Autismus-Bubbeln, in den sozialen Medien aufhalten, bewegen, vielleicht eine Sache, die ich dir jetzt sage, wo du jetzt erstmal sagen wirst, nee, das sehe ich anders. Das will ich nicht. Ich bin fertig mit meinen Mitmenschen und der Gesellschaft. Und zwar, Regel Nummer 8. Du musst soziale Regeln anerkennen. Okay? Warum musst du diese sozialen Regeln anerkennen? Weil die Gesellschaft nun einmal nur über soziale Regeln und Commitments, Vereinbarungen funktioniert. Na, wenn sich niemand mehr an soziale Regeln halten würde, dann würde die Gesellschaft auseinanderfallen. Und zwar ganz, ganz schnell. Und ja, Autisten, die auch viel Mobbing und viel Ausgrenzung erfahren haben, kommen dann irgendwann auf den Trichter, sich nicht mehr an soziale Regeln halten zu wollen. Das finde ich aber, ehrlich gesagt, nicht in Ordnung. Eben aus dem gerade gesagten Grund. Die Gesellschaft, das Miteinander kann nur funktionieren, wenn man sich an diese Regeln hält. Ja, wenn du gemobbt wurdest, wenn du fertig gemacht wurdest, dann war da ein individuelles Gegenüber von dir, das sich auch nicht an die festgeschriebenen sozialen Regeln, nämlich andere nicht zu mobben, gehalten hat. Das stimmt. Aber es wird dadurch nicht weniger Unrecht, dass du jetzt das gleiche Unrecht begehst. Und wir müssen auch ganz klar sagen, wer die sozialen Regeln nicht anerkennt und sich nicht daran halten möchte, und da gehen wir auch zurück in diesem Video an einen der früheren Punkte, zur Begrüßung die Hand geben, Blickkontakt halten, Leute nicht verletzen, all diese Dinge, der muss akzeptieren, dass er wieder aus der Gesellschaft rausfällt. Er muss dann damit leben können, eventuell keine Freunde gewinnen zu können. Der muss eventuell auch damit leben, dann keinen Job zu finden. Ja, er muss damit leben, durch sein Existieren, insbesondere dann, wenn er mit Vorsatz für sich beschlossen hat, ich halte mich nicht mehr, weil ich bin Autist, an die sozialen Regeln der Gesellschaft, dass er ein Fremdkörper in dieser Gesellschaft ist. Und ich finde, da hat, ja, wie soll ich das sagen, niemand so richtig ein Recht dazu. Okay, ich gönne das jedem. Ich gönne jedem das Fremdkörper sein in der Gesellschaft. Ich war mein ganzes Leben auch Systemrebell. Ich war Anti-Society. Ich habe das auch viele Jahrzehnte lang gemacht. Wenn man das aber macht, muss man aber auch anerkennen. Und das ist die bittere Wahrheit, die ich auch viele Jahrzehnte lang nicht wahrhaben wollte, dass man sich dann, wenn man sich bewusst gegen diese Gesellschaft stellt und nicht für sich selber sorgen kann, das ist jetzt ganz wichtig, wenn man auf Sozialhilfe angewiesen ist, zum Beispiel, wenn man auf Hilfsleistungen von anderen angewiesen ist, wenn man die Strukturen und dieses System, an dem man auf der einen Seite sagt, ich sabotiere dieses System, indem ich mich nicht an die sozialen Regeln halte, aber dennoch profitiere ich davon, weil ich das Essen esse, weil ich die Wohnungen beziehe, weil ich die Straßen nutze und so weiter, dann muss man sich selber eingestehen, dass man sich, wow, das klingt jetzt echt hart, ich suche nur nach dem richtigen Wort, ich sag's jetzt einfach mal so wie es ist, dass man sich ein wenig parasitär verhält. Okay, ich hab diesen Film selbst weite Strecken meines Lebens gefahren, ich wollte es nicht wahrhaben, aber Fakt ist, wenn ich mit Vorsatz die sozialen Regeln und die Gesellschaft missachte und boykottiere, versuche das Unrecht, was mir angetan wurde, mit dem gleichen Unrecht irgendwie wieder auszugleichen, das geht nicht, dann haben wir einfach das doppelte Unrecht, das sag ich dir an dieser Stelle ganz, ganz ehrlich, und trotzdem aber das System nutze, für mich eine warme Wohnung habe, Essen habe, und so weiter und so fort, dann ist das leicht parasitär. Deswegen, und dieses Wissen übrigens auch, dass man häufig, sorry, wenn ich da jetzt mit der sprichwörtlichen Nadel vielleicht einen wunden Punkt von dir oder einigen meiner Zuschauer anträgere, aber hey, ich mach diesen YouTube-Kanal nicht, um euch etwas vorzulügen, sondern um hier wirklich Retalk zu machen, diese Wahrheit zu verdrängen, da fühlt man sich häufig auch selbst nicht gut mit. Man weiß ganz, ganz häufig, eigentlich ist das, was ich hier mache, nicht so toll. Eigentlich befinde ich mich in einer sehr schwachen Position und es kostet einen laufend Kraft, das zu verdrängen. Man fühlt sich einfach unterschwellig immer mies damit. Deswegen möchte ich dir einfach als Gedankenanstoß und vielleicht auch als ja pauschale heuristische Regel dir einfach sagen, erkenne die sozialen Regeln an. Die Welt würde ohne Sozialregeln nicht funktionieren können und auch als Autist sollte man bestmöglich, nicht so, wie es dir nicht möglich ist, nicht so, dass du daran krank wirst, aber das, was du leisten kannst, du solltest versuchen, mitzumachen im System. Das ist meine Meinung als ehemaliger und zum Teil natürlich noch immer Systemrebell, der aber auch etwas mehr durch viele Lernprozesse im Laufe der Jahre vom absoluten Rand der Gesellschaft zur Mitte gerückt ist. Ja, aber davon genug. Regel Nummer 9 für Autisten, Körperpflege bitte nicht vernachlässigen. Ja, das ist ein bisschen so ein Punkt jetzt wie mit den Tischmanieren, aber es gibt viele Autisten, die vernachlässigen tatsächlich ihre Körperpflege, die haben auch den Eindruck oder haben die Meinung, dass es ja eigentlich egal wäre, dass wir ja oberflächlich auf sowas Wert zu legen und gut, da sind wir jetzt bei ganz basalen Sachen, wie täglich sich waschen, duschen, Zähne putzen, Haare machen, aber das geht auch so weit, dass wir sagen müssen, ja, tatsächlich auch Kleidung vernünftig sich zu kleiden und die Wahl der Kleidung, das spielt eine große Rolle. Auch hier wieder ist es eventuell, ja, hat man ein Recht darauf, ungepflegt oder, boah, das klingt so hart, wow, ja, andere Menschen mit der eigenen mangelnden Körperhygiene zu stören. Hat man ein Recht darauf oder hat man nicht auch eine soziale Pflicht, da ein bisschen drauf zu achten und vor allen Dingen macht man sich damit ja auch wieder das Leben selber schwer. Wer sehr ungepflegt auftritt, wird einfach, weil die anderen sich daran stören, es stört die anderen Menschen, automatisch und sei es auch nur in kleinen Schritten im Laufe der Zeit immer aus jeder Gruppierung irgendwie an den Rand gedrängt, rausgedrängt. Das ist so. Deswegen mein Tipp, wollen wir es hier nicht zu lange werden lassen, achte auf jeden Fall auf deine Körperpflege, wenn du einer von den Autisten bist, es sind Gott sei Dank aufgrund der besseren Aufklärung heutzutage nur noch die wenigsten, aber es gibt schon einige, achte auf jeden Fall darauf, es ist einfach wichtig, glaubst du mir. Ja, und Nummer 10, okay, meiner, für mich persönlich der wichtigste, für mich persönlich der wichtigste, der macht das ganze Video auch nochmal richtig rund, nämlich sei gutmütig, okay, ja, viele Menschen haben dir insbesondere in deiner Kinder- und Jugendzeit mit Sicherheit auch Schlimmes angetan, okay, als Erwachsene bereuen aber auch viele ihre Taten von früher, ich habe viele meiner ehemaligen Mobber als Erwachsene wieder getroffen und die waren absolut cool zu mir, die haben gesagt, hey Tom, tut mir leid, wie es damals lief, hab mich doof benommen, okay, Kinder sind manchmal grausam, das heißt aber nicht, dass Menschen grundsätzlich böse und schlecht werden, sei deswegen bitte gutmütig und erkläre auch, das ist ganz wichtig, dich und deinen Autismus und deine häufig auch ungewöhnlichen Bedürfnisse deinen Mitmenschen gegenüber, viele Autisten haben häufig so den Anspruch, wenn sie sich auf Instagram und Co. die Augen verdorben haben bei den typischen Autismus-Bubbles-Beiträgen, glauben irgendwie, jeder, jeder Nicht-Autist müsste einen sofort verstehen, ja, warum weiß der das denn nicht, kann doch nicht sein, dass ich mich darüber erklären muss, dass er es nicht versteht, ja, der soll mal versuchen, mich zu verstehen. Fakt ist aber, viele nicht-autistische Menschen können Autisten nicht verstehen, können dich nicht verstehen, schon gar nicht, wenn du dich nicht erklärst, also erklär es den Menschen, sei da gutmütig, diese Erklärung leider immer und immer wieder machen zu müssen, sei aber auch den Schwächen anderer Menschen gegenüber gutmütig, versuche auch, dich trotz aller Frustration, die du erfahren hast, anzupassen, ein angenehmer und cooler und, ja, sozialverträglicher Mitmensch zu sein und last but not least, das ist, glaube ich, ein schöner Schluss, sei auch gutmütig zu dir selbst, verzeih dir deine eigenen Fehler, Schwächen, okay, das ist ganz, ganz wichtig, niemand ist perfekt, du bist nicht perfekt und das kannst du auch nicht sein, weil Menschen sind nie perfekt, okay, und mit Autismus hat man häufig halt einfach ein extremes Handicap, auch wenn der Autismus selbst nicht als schlecht oder negativ gewertet wird, das Handicap oder die Schwierigkeiten entstehen einfach durch den Kontrast der nicht-autistische Mensch zur neurotypischen Gesellschaft, derjenige, der, ja, den Kontrast darstellt, der hat es halt häufig nicht einfach und deswegen sei auch gutmütig zu dir selbst, verzeih dir deine Fehler, hab einen liebevollen, positiven Blick auf dich selbst, hasst dich auch nicht für deinen Autismus, habe ich häufiger auch mal solche Kommentare hier unter meinen Videos gehabt, ich hasse mich für meinen Autismus, ich hasse mich für meine soziale Ungeschicktheit, das ist wirklich nicht nötig, okay, jeder sollte das Beste versuchen, aber was halt einfach nicht geht, das geht nicht und, ja, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Letzte Frage, wie hat euch das Video gefallen? Nächste Woche oder übernächste Woche vielleicht ein Video 10 Regeln für nicht-autistische Menschen, wie wäre es damit? War eine Frage an euch. Ansonsten, wie gesagt, abonniert natürlich sehr, sehr gerne diesen Kanal, wenn euch solche Inhalte gefallen und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglieder. Ansonsten machen wir das ganz kurz und knapp, haltet die Ohren steif und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.